Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen heute zu einer ungewohnteren Zeit 10 Uhr 30 ungefähr Aufklärung Serie Hashimoto heute Folge 39 wer bin ich und wie viele was du schon immer über mich wissen wolltest wenn du was über mich wissen wollte ich dachte ich trage da mal ein paar Fun Facts über mich zusammen ich bin Peter Gehlmann Gesundheitscoach und begleite und unterstütze Hashimoto Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme ja ich werde immer wieder mal gefragt Peter was sind denn deine Hobbys was machst du so den ganzen Tag außer dich mit Hashimoto befassen ja dazu heute mal ein paar Facts rund um den Peter ja ich bin Peter bin 41 Jahre alt habe ein bin Co-Oberhaupt von einer großen Großfamilie also wir sind schon recht viele hier zu Hause ein paar mehr Kinder eine Frau alle Kinder von der gleichen Frau immer noch mit der gleichen Frau verheiratet wie in den letzten Jahren wird sich auch nichts daran ändern weil wir super glücklich sind wir haben auch noch Hunde hier zu Hause nicht nur Kinder sondern auch Hunde und zwar Pudel ich esse gerne Fleisch das ist glaube ich das einzige Manko an meinen Programmen dass es da Fleisch bei den Rezepten gibt und somit die Vegetarier außen vor sind außer die Vegetarier ersetzen beim Chili einfach das Fleisch durch etwas anderes als Beispiel so dann habe ich das eine oder andere Tattoo angefangen am Bein dann über den Arm ja also ich bin tätowiert das geht auch mit Hashimoto ich mache natürlich gern Sport früher habe ich Judo gemacht da mache ich im Moment eine Pause weil einfach die adäquaten Trainingsmöglichkeiten wo ich mich wohlfühle nicht noch nicht gegeben sind und mein Knie im Moment auch noch nicht so hundertprozentig fit ist ich arbeite aber dran dann mache ich neben dem Judo oder habe neben dem Judo mache ich noch sogenanntes Bodyweight Exercise also lediglich mit meinem Körper arbeite ich da Liegestütz Klimmzüge Kniebeuge und so weiter gibt da verschiedenste Programme wo man richtig Spaß haben kann ich lache gern ich habe ein unheimlich schwarzen Humor das bekommt dem einen oder anderen nicht so gut weil er es ja persönlich nimmt aber muss ich halt durch manchmal lebt sich das mit so einem schwarzen Humor auch sehr einsam vor allen Dingen wenn man im Kino dann der einzige ist der lacht für mich nicht schlimm für meine Frau manchmal ein bisschen unangenehm aber nur manchmal ja ich laufe gern in kurzen Hosen rum vor allen Dingen seit ich Anfang des Jahres die Endless Summer Challenge mitgemacht habe war für mich dann wirklich auch kein Grund mehr zu sagen warum soll ich denn jetzt im Winter auch eine lange Hose anziehen ist immer sehr witzig man kommt mit den Leuten auch sehr schnell ins Gespräch warum man denn jetzt hier mit einer kurzen Hose rumrennt mitten im Februar bei minus fünf Grad ja ist ganz interessant ich bin eigentlich relativ verrückt im Kopf neulich hat mich mal jemand gefragt wie alt ich bin und da konnte ich drei folgende drei Antworten zu geben auf dem Papier bin ich 41 im Kopf durch sagen so 25 vielleicht auch jünger mittlerweile hat sich das Alter meines Körpers das gefühlte Alter schon von 85 auf 60 reduziert ich arbeite daran dass auch dem anzugleichen entweder wie ich im Kopf bin das wird schwer aber auf jeden Fall meinem Alter auf dem Papier soll möchte ich das doch schon gern anpassen ja mein Lieblingsessen ist definitiv irgendwas mit Fleisch ich habe ja vorhin schon gesagt ich esse gerne Fleisch also irgendwas mit Fleisch und ich schaue im Fernsehen gern Entschuldigung Game of Thrones ich schaue gern Lucifer also ihr seht so eher mehr oder weniger die Serien die ich da gern anschaue und ich bin absoluter Wrestling Fan schaue mit meinen Jungs die mittlerweile auch schon verstehen was da los ist super gern Wrestling am Abend ich lese gern ich schaue also nicht nur Fernsehen ich lese gern Autobiografien ich lese gern Bücher über Ernährung manchmal mit Kopfschütteln manchmal mit Wow Effekten ich höre gern Hörbücher wenn ich auf lange unterwegs bin höre ich auch zum Beispiel gerne von Kai Meier und zwar hier die Buchreihe oder die Hörbuchreihe Spur der Bücher alles was darum geht Ransom Riggs höre ich gern alles was mit den besonderen Kindern ist also aktuell höre ich den Atlas der besonderen Kinder unheimlich tolles Hörbuch und natürlich alles rund um Franz Eberhofer das höre ich natürlich auch gern und schaue auch die Sachen gern im Fernsehen ja nun habe ich ein paar Sachen von mir preisgegeben was mag ich nicht ich mag zum Beispiel nicht dass Menschen mit der Gesundheit der anderen spielen um hier ihre Ernährungspläne kundzutun preiszugeben das nicht abgestimmt ist auf die jeweiligen Krankheiten sondern dass es dann einfach heißt ich kann 50 Ernährungspläne verschenken melde dich per PN bei mir und die Leute stürzen sich drauf weil sie natürlich kostenlos die Infos haben wollen ohne zu wissen oder zu ahnen dass dann hinten raus die Produkte gekauft werden müssen und so weiter und so fort und die Ernährungspläne nicht unbedingt für jede Krankheit die man so mit sich hat geeignet sind das ärgert mich zum Beispiel ja ansonsten gibt es eigentlich nicht viel was mich ärgert das entsteht dann meistens spontan ja mich ärgert doch eins ärgert mich noch wenn man nicht so wirklich zu dem steht was man tut oder was man sagt wenn das nicht in Balance ist ja ansonsten war es das erstmal von mir wenn du Fragen hast schreib mich gerne an schreib mir eine PN schreib einen Kommentar und ich wünsche dir noch einen schönen Tag hey ich bin's noch mal wenn dir das gefallen hat dann lass mir einen Daumen nach oben da gerne auch einen Kommentar damit wir ein bisschen interagieren können und hau auf die Glocke denn dann erfährst du immer wenn es ein neues Video gibt automatisch von den News wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss dein Peter Genau